Wangenaufbau mit der Behandlung der Joe-Line, der sogenannten Unterkieferkante und mit diesem Behandlung heute herzlich willkommen wieder zu unserer Live-Behandlung. Die Behandlung erfolgt in üblicher Art und Weise bei uns, dafür hatten wir schon ja so einige Behandlungen schon mal gezeigt gehabt, wie wir die Kombinationsbehandlung der Wangen und der Joe-Line durchführen, damit eigentlich eine weibliche Kontur im Gesicht zu erkennen ist und damit auch die natürliche Weiblichkeit betont wird, nicht nur im Körper, sondern auch dazu passend natürlich auch im Gesicht. So, die Behandlung ist hier schon im weiteren Verlauf, so lange dauert die Behandlung auch, während ich hier das Ganze kommentiere, erfolgt die Behandlung durch den plastisch-ästhetischen Chirurgen und die Begutachtung dementsprechend. Man sieht danach sofort gesellschaftsfähig aus und man könnte gleich heute Abend zu einer Gala-Veranstaltung gehen und jeder würde einen nur bestaunen.